Ideen aus Kunststoff Mit 18 Jahren gründete Andreas Franke 1989 sein Unternehmen, wie so oft im Fall von außergewöhnlichen Erfolgsgeschichten, in einer Garage und der heimische Pkw-Stellplatz im sauerländischen Lehnhausen in der Gemeinde Finnentrop, wurde mit Unterstützung der Eltern zur ersten Produktionsfläche umfunktioniert. Eine ehrgeizige Marktbearbeitung, Produkte in sehr guter Qualität und eine termingerechte Fertigung sorgten für schnellen Erfolg und wachsenden Raumbedarf. Andreas Franke hat so mit Geschick, Erfolgswillen und unternehmerischer Risikobereitschaft mit seinem Team die AFK Andreas Franke Kunststoffverarbeitung GmbH und CoKG als kontinuierlich wachsendes Unternehmen entwickelt. Heute liefert die AFK Andreas Franke Kunststoffverarbeitung GmbH und CoKG ihre hochwertigen Präzisionsspritzgussteile und Lösungen für thermoplastische Anwendungen in die ganze Welt. Durch Vergabe von Aufträgen an die Attendorner Wertmann Werkstätten unterstützt das Unternehmen besonders Menschen, die aufgrund eines Handicaps keine Anstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt finden. Weiterhin unterstützt das Unternehmen mit Geldspenden und Sachleistungen viele Sportvereine der Region. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017